Ja, Schwarmintelligenz, Ursache aller Menschheitsprobleme und Lösung zugleich. Ich habe gestern an einem sehr netten Online-Talk teilgenommen im Rahmen der Partei Die Basis für Gäste und Freunde und so weiter und sonstige und Mitglieder. Sehr nette Gespräche und eins ist sicherlich ganz klar. Auf jeden Fall ist es eine sinnvolle Lösung, dass wir die politische Entscheidungskraft der Basis der Partei Die Basis oder der Basis der Partei Wir 2020 und so weiter überlassen, dass wir es nicht vermengen, sozusagen, dass externe Reformer sollten aus unserer Sicht nicht Mitglied der Parteien werden, weil es dann wieder zu dieser Gefahr der Verfilzung kommt, dass irgendwann die Experten die Partei kapern und sozusagen nur noch der Basis der Partei sagen, wo es lang geht, sozusagen, sondern die Basis der jeweiligen Parteien muss das Heft in der Hand behalten. Und das ist auch genau richtig so, damit wir dann auch wirklich eine demokratische Sache hinbekommen. Das ist unstreitig, ja, das ist völlig unproblematisch. Deswegen auch hier diese ganzen, Sie finden das nextscientistforfuture.de, dann fünf Zentimeter tiefer der Link, Live-Ticker und dann finden Sie die weltbesten Experten. Das ist jetzt erst mal nur, was wir vorschlagen. Gestern war da auch stark Thema Gemeinwohlökonomie, den wir ja auch vorschlagen als Gesprächspartner, als externen Reformer, aber eben unsere Empfehlung nicht als Mitglied der Partei, weil sonst dann vielleicht sich die, die, die ganze Geschichte, dann bewerben sich vielleicht die Vertreter der Gemeinwohlökonomie um Ämter in der Partei und schon ist wieder die Gefahr, dass die Parteien gekapert werden, sozusagen. Nein, es muss schon so sein, dass die Basis und die Experten zwei getrennte Dinge sind, dass nur die Mitglieder der Parteien und die Basis der Parteien das Sagen haben, aber die Inhalte und die Ideen und die Reformideen bringen die externen Reformer rein. Ja, Professor Truger, Wirtschaftsweise und so weiter hier, wir next scientists for future, Nico Pech, Professor Bakhti, Wodak mit seinen Vorschlägen zur Gesundheitsreform und so weiter. Das sind externe Reformer, Hans-Werner Sinn, berühmtester Volkswirt Deutschlands. Aber eben wie gesagt, das ist unstrittig. Dafür plädieren auch wir vom Weltrat, der Weltrat selber, das passt auch gut, weil der Weltrat selber muss überparteilich sein, muss völlig unabhängig von allen Parteien fungieren, sozusagen. Und so ergänzt sich das, die Parteien behalten die Oberhand und ziehen die Experten zu Rate und ziehen sie beim Reformieren als externe Reformer heran und reformieren mit ihnen gemeinsam in den Ministerien. Aber die Oberhoheit hat immer die Basis der jeweiligen Parteien. So sollte es sein, dass wir auf diesem Wege sozusagen können, wir eine echt demokratische Gesellschaft aufbauen. Aber jetzt zu der Frage, bei manchen hatte man den Eindruck, also sagen wir mal so, insgesamt hatte ich den Eindruck, so ganz viel und ganz breite Energie jetzt unbedingt sofort mit den externen Reformern über Inhalte und Reformen zu reden, war nicht überall so ganz klar erkennbar. Ich werde nachher mal ein Telefongespräch versuchen zu führen. Ich soll da mit verschiedenen Leuten telefonieren, werde das versuchen. Aber das Dilemma ist, dass, glaube ich, manche an so etwas wie die, ja, man könnte es sagen, die Allmacht der Schwarmintelligenz glauben. Und da muss man, also quasi nicht nur die Partei behält das Heft in der Hand und die externen Reformer werden quasi von der Parteibasis beurteilt und geprüft und auch im positiven Sinne auf Abstand gehalten, sodass die nie das Sagen bekommen, weil sonst die Gefahr besteht, dass vielleicht so eine Art Expertokratie sich in den Parteien wieder heranbildet und die Experten dann vielleicht sogar entgleisen, weil sie vielleicht von der Macht korrumpiert werden oder so, ja. Aber was ist mit der Idee, dass sozusagen die Schwarmintelligenz die Lösung für alles sein könnte? Dazu müssen wir uns die Evolution anschauen. Ich lese gerade mal vor hier. Erst einmal die Vorbemerkung und dann schauen wir uns das an. Ach so, hier unten rechts erst einmal schneller drehen an dem runden Ding, weil ich doch so langsam rede. 1,5, 1,75 mal ausprobieren. Die Menschheit hat es aus sich heraus mit Schwarmintelligenz eben nicht geschafft. Denn woher kommen denn all die Probleme, die alle im Moment, worüber sich so viele jetzt im Moment bewusst werden, über diese riesigen Probleme, woher kommen die denn? Die sind doch entstanden aus der Schwarmintelligenz. Es kamen doch da nicht irgendwie ein paar wild gewordene Außerirdische, haben die Menschheit diktatorisch versklavt und haben dann heraus dieses böse und antidemokratische System geschaffen, sondern das haben doch die Menschen sich selber geschaffen, weil sie überfordert waren mit der Herausforderung Erfindung von Tauschhandel und Markt. Markt und Tauschhandel waren zu schwierig für die Menschheit. Da war die Schwarmintelligenz überfordert. Sie konnte damit nicht umgehen und daraus hat sich alles übel entwickelt, das wir heute beklagen. Und da jetzt zu denken, dass allein ohne die Experten, ohne die externen Reformer, sozusagen aus dieser Falle, dieser Menschheitsfalle herauszukommen, allein mit Kraft der Schwarmintelligenz, ist wahrscheinlich ein Irrtum. Muss man darüber diskutieren, aber höchstwahrscheinlich ein großer Irrtum. Denn die Schwarmintelligenz hat uns ja in diese Probleme hineingeführt, weil die Erfindung, die Schwarmintelligenz war in der Lage, Tauschhandel und Markt zu erfinden, aber nicht in der Lage zu verstehen, dass genau das alles zerstören würde. Weil Markt und Tauschhandel nur in gelenkter Form funktionieren können. Und das bringen ja die externen Reformer, dass man die Wirtschaft und alle Behörden lenken muss, gemeinwohlorientiert Diener der Menschen zu werden. Und das machen sie nämlich nicht von selbst aus. Wirtschaft und Behörden und Systeme neigen dazu, immer zu Diktatoren der Menschheit zu werden, aus sich heraus. Also, ich erkläre jetzt mal, oder ich lese erst mal zu Ende hier. Ich lese mal erst mal zu Ende. Die Menschheit aus sich heraus ist die Menschheit ja für alle offensichtlich jetzt gescheitert. Aus sich heraus ohne externe Reformer ist ja die Schwarmintelligenz und die Menschheit aus sich heraus ja offensichtlich gescheitert. Nur deshalb waren ja auch die Next-Scientists vom Weltrat ja nötig geworden. Eben weil die Schwarmintelligenz in das Scheitern geführt hatte. In das Gesamtscheitern der Menschheit, was jetzt vielen bewusst wird, was uns schon seit Jahrzehnten klar ist, dass wir es mit einer Scheiternsituation der Menschheit zu tun haben. Man hätte das schon sehen können, dass wenn man sich fragt, ja, wenn man sich Stalinismus anschaut, Hitlerismus, Nationalsozialismus, Maoismus anschaut, dann hätte man eigentlich schon klar sehen können, dass die Menschheit an sich gescheitert ist. Ja, und das hätte man eigentlich da schon sehen können. Aber viele sehen es jetzt erst. Aber die Professorin oder die einzelnen Wissenschaftler des Weltrates haben das schon vor 52 Jahren ganz klar gesehen. dass die Menschheit an sich gescheitert ist und zwar an ihrer eigenen Schwarmintelligenz gescheitert ist. Deswegen, und das war auch gestern dann nach acht Stunden Konferenz so auch durchaus dann nochmal so Thema, wobei ich nicht weiß, ob es folgenlos bleibt. Deswegen war so nochmal Thema, ja, externe Experten, wissenschaftlicher Beirat, externe Reformer und darüber die konsensierende Parteibasis, also die darüber konsensierende Parteibasis, sodass die Parteibasis immer das letzte Wort erhält, externe Experten, wissenschaftlicher Beirat und externe Reformer niemals irgendwelche Macht in der Partei bekommen, sondern sie nur die Experten bringen, die das Expertenwissen bringen. Und das scheint mir, das war auch dann so am Ende so Teilkonsens, wobei die Personen, die vielleicht schon stärker auf die Schwarmintelligenz setzen würden, als Allheilmittel nicht mehr dabei waren. Jetzt erkläre ich mal, wie das wissenschaftlich ist, warum die Schwarmintelligenz die Ursache aller Menschheitsprobleme ist. Was passierte? Also, die Evolution, also der Urknall, der sogenannte Urknall, an den glauben ja Naturwissenschaftler vor 13,8 Milliarden Jahren, vor 10 Milliarden Jahren und 5 Milliarden Jahren Entstehung der Galaxien, unseres Sonnensystems von Erde, Sonne, Mond und Erde und so weiter. Vor 4 Milliarden Jahren ungefähr Beginn, allmählicher Beginn von Leben oder 3,5 Milliarden Jahren ungefähr, so genau muss man das ja nicht wissen. Ja, und dann eben ist vor 400.000 Jahren, bis vor 400.000 Jahren war alles normal. Da war unsere Evolution genauso natürlich wie die Evolution der Löwen, der Bären, der Hirsche und ja, alle ganz normale Evolution. Aber dann waren wir, war unsere Schwarmintelligenz so groß, dass wir den Tauschhandel und den Markt erfunden haben vor 400.000 Jahren. Also, wenn wir das dann mal aufziehen, also hier sind wir im Bereich der Milliarden, dann haben wir hier die 13,8 Millionen, alles ist gelaufen, der Mensch wurde immer pazifistischer, immer friedfertiger, immer kooperativer, immer sozialer, immer gemeinschaftsorientierter, immer liebevoller und dann aber vor 400.000 Jahren, sozusagen hier vor 400.000 Jahren, das ziehen wir wieder auf, auf 400.000 Jahren, da führte die Schwarmintelligenz dazu, dass wir den Tauschhandel erfanden und den Markt erfanden und damit sind wir nie fertig geworden. Denn was passierte jetzt? Was passiert, wenn Sie den Tauschhandel erfinden? Ja, ich schaue es mir mal an. Schauen wir es uns an. Hier. Der erste Frühhändler und Früharzt der Evolution sagte uns noch, Wahrheiten. Lebt natürlich, liebevoll, gemeinschaftlich, nehmt euch in den Arm, seid liebevoll und so weiter, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt gar nicht, sondern nur als jemand, der euch gesunde Nahrung, naturbelassene Nahrung liefert. Das ist ein guter Früharzt und Frühhändler. Aber wir haben es zu tun in der Evolution mit einem kleinen, universellen Prinzip oder einem kleinen, aber dem wichtigsten Naturgesetz, überhaupt, Mutation und Selektion. Die Dinge verändern sich, Mutare, Mutari oder so, Veränderung, Mutation, Veränderung, Variation, Variation und Selektion. Und deswegen kommt es automatisch irgendwann auch zu Frühärzten und Frühhändlern, die sich irren. Und die irren sich dann total und sagen, nein, also dieser natürliche Lebensstil ist völlig unwichtig, ihr könnt euch ruhig die denaturierte Kunstnahrung essen. Nein, das ist alles unwichtig. Das Entscheidende über Gesundheit und Krankheit sind so winzige Dinger, die wir später Viren, Bakterien, Pilze und so weiter nennen werden. Und die machen euch krank und dagegen verkaufen wir euch was. Und nur dann könnt ihr gesund bleiben. Und diese Irrtümer führen merkwürdigerweise ja zu einem riesigen Verkaufserfolg unter Bedingungen von ungelenktem Markt und ungelenktem Tauschhandel, sodass der dann unheimlich wirtschaftlich erfolgreich ist, hier mehrere leibliche Kinder, Enkel und Urenkel erzeugen kann, der Vorfahre von Drosten, Wiener und Lauterbach wird und von Aldi, Lidl und Rewe und so weiter und Alnatura. Und hier zum Beispiel findet das ganze geistige Nachfahren. Irgendwann explodiert auch das und findet dann geistige Nachfahren. Also sozusagen, dass diese vorteilbringenden Irrtümer und dann strahlen diese vorteilbringenden Irrtümer als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes raus in die Weltbevölkerung, vergiften die gesamte Weltbevölkerung und verwandeln sie in Kundschaft der Ärzte und Händler sozusagen. Und es ist eine einzige Gehirnwäsche weltweit, die uns alle in Kundschaft, in kaufsüchtige, einsame, kaufsüchtige, unglückliche Singles verwandelt. Denn auch das Glück wird uns weggeredet, denn alles, was uns glücklich macht, stört ja beim Konsum. Und ja, und dadurch passiert jetzt was ganz Entscheidendes. Was passiert jetzt in den Gemeinschaften, in den Kommunen der Menschen, der Frühmenschen vor 400.000, 300.000, 200.000 Jahren? Was passiert da so allmählich vor 100.000 Jahren? Was passiert da in der Evolution? Ja, da passiert etwas ganz Merkwürdiges. In den Kommunen hier, in den Gemeinschaften fühlen sich die Männer nicht mehr geliebt. Denn es entsteht eine Körperfeindlichkeit. Die Sexualität wird unterdrückt. Alles wird körperfeindlich. Die Frauen werden verklemmt dadurch, dass ja die Frühärzte und Frühhändler sagen, es sei ja unschicklich, so viel Sex zu haben, so viel Körperkontakt und so weiter. Und die Männer, die zuvor alles, was sie gefunden haben an Nahrung, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune geschenkt haben, die sagen sich jetzt, warum soll ich alles verschenken, wenn ich gar keine Liebe mehr bekomme in dieser Gemeinschaft? Warum mache ich nicht mein eigenes Ding und fange an, die Güter zu akkumulieren, anzuhäufen und reich zu werden und mir dann vielleicht Frauen zu kaufen oder was auch immer oder sexuell willige Frauen oder mir zu kaufen und zu bezahlen und so weiter. Warum soll ich das noch alles freiwillig verschenken, wenn ich nichts mehr freiwillig zurückkriege? Und da entwickeln sich sozusagen die ersten Macht und Geld und Geld kommt viel später erst, aber Macht- und Akkumulationssüchtigen, die ersten Könige bilden sich heraus. Die Männer nutzen plötzlich ihre Körperkraft nicht mehr zur Verteidigung der Frauen und Kinder gegen Raubtiere oder so, sondern zum Kampf gegen die Frauen und Kinder und zum Herrscher werden und König werden und mächtig werden und so weiter. Aber das ist doch die zwangsläufige Folge von der Schwarmintelligenz und ihrem Nicht-Umgehen-Können mit der Erfindung von Tauschhandel und Markt. Also das heißt, diese Spaltung der Menschheit auf diese Aufspaltung in hier die Herrschenden und dort die Beherrschten, das ist sozusagen zwangsläufig die Folge gewesen, die zwangsläufige Folge gewesen der Schwarmintelligenz und des Dilemmas, dass eben Gehirne ab einer gewissen Größe automatisch anfangen, Tauschhandel und Markt zu erfinden. Und deswegen musste es jetzt eben die Tatsache geben, dass die Intelligentesten der Erde, hier die Klügsten der Erde mit den größten Gehirnen sozusagen jetzt den Weltrat und die Next Scientists for Future bilden mussten, damit die sozusagen der Schwarmintelligenz helfen, zu einer Korrektur von Markt und Arbeits-, von Tauschhandel und Markt zu kommen und sozusagen als externe Reformer der Schwarmintelligenz zur Verfügung zu stehen, sodass die beiden zusammen dann ein unschlagbares Team werden sozusagen. Das ist der neue Ansatz. Und das hat auch zum Beispiel die Bewegung Blau erkannt, die genau auf diese Karte setzen. Externe Experten, externe Reformer, wissenschaftliche Beiräte und der Schwarm behält die Oberhand über alles. Und dann erläutern wir die externen Reformer die Tatsache, dass eben Markt- und Tauschhandel brandgefährlich sind und die Ursache aller Herrschaft sind und aller Abspaltung und der Auflösung und der Zerstörung all unserer Gemeinschaften und Kommunen und des Miteinanders und der Entstehung der Diktatur und des Faschismus und so weiter, dass das die Ursache ist. Ja, und von daher muss man also noch mal ganz klar zusammenfassen. Also, Schwarmintelligenz war leider die Ursache aller Menschheitsprobleme. Da kamen keine bösen Außerirdischen und haben uns die Könige und die Herrscher gebracht, sondern die mit Markt- und Tauschhandel automatisch verbundene Tendenz, Körperkontakt zu unterbinden, dadurch die Belohnung der Männer für ihre Geschenke wegzunehmen durch eine zunehmende Körperfeindlichkeit. dadurch fangen die Männer an, selber Akkumulations- und machtsüchtig zu werden, um dann Sexualität eventuell kaufen zu können, sozusagen. Diese negativen Dynamiken sind aus der Schwarmintelligenz heraus entstanden und sind, damit kann die Schwarmintelligenz nicht alleine die Lösung sein, sondern deswegen war es nötig, dass Weltrat und Next Scientists for Future entstanden und 52 Jahre daran geforscht haben, wie können wir da aus dieser Falle, in die uns die Schwarmintelligenz gebracht hat, wie können wir darüber wieder rauskommen und dann Schwarmintelligenz plus externe Reformer zusammen zur Lösung werden des Problems. Ja, ich hoffe, das ist jetzt verständlich geworden, dass also die, in der Partei die Basis, die wohl richtig liegen, die sagen, ja, wir müssen die externen Experten, die externen Reformer, die wissenschaftlichen Beiräte hören und dann müssen wir aber als die Basis der Basis, die Basis von wir 2020, die Basis der Partei, die Basis, muss immer die Oberheit behalten, ja, aber sie muss die Experten, die externen Reformer hinzuziehen, alleine nur durch die Schwarmintelligenz, die ja die Ursache aller Menschheitsprobleme war, ist es nicht möglich, jetzt sich wie Münchhausen aus dem Sumpf sich jetzt mithilfe der Schwarmintelligenz alleine mit dem alleinigen Faktor Schwarmintelligenz aus dem Sumpf zu ziehen, ist nicht möglich. Also, Tschüssi, bis bald. Bis bald.